In dem Seminar von mir und Sonja geht es darum, dass wir uns auf die Reise machen in den inneren und äußeren Raum deines Kindes. Mein Name ist Sonja Baum, ich wohne in Berlin, bin selbst Mutter und Oma und freue mich auf dich. Danke, dass du da bist und danke für deine Zeit. Ich bin Sarah, ich lebe mit meinem Sohn und meinem Mann auf Mallorca und bin schon seit vielen Jahren im Bereich Coaching, Energiearbeit, Bewusstseinsarbeit, speziell für Mamas, für Familien und Kinder unterwegs und freue mich total, dass ich mit Sonja dieses Seminar kreiert habe und wir dies an euch weitergeben dürfen. Ich bin Feng Shui Beraterin. Jetzt fragst du dich, ist das wirklich möglich, dass gerade Feng Shui, dieses Jahrtausende alte geheime Wissen, meinem Kind hilft? Dann komm ins Seminar. Das Besondere für uns ist bei dem Seminar wirklich diese Kombi, die Sonja und ich haben, die einzelnen Ausbildungen, die wir haben, die Erfahrungen, die wir gemacht haben, was wir kombinieren und ja, dieses, was ich eben schon angeschnitten habe, dass wir auf allen Ebenen hingucken. Das heißt, in die innere Welt des Kindes, euch da Tipps mit an, die haben, Gebtools, Meditationen für die Kinder, aber auch diese äußere Welt, dass da einfach alles stimmt und die Energie fließend abends. Unsere Mission sehen wir darin, dass wir die Eltern, speziell die Mamas unterstützen, dass die Kinder ihre Blockaden lösen, dass sie leicht und locker groß werden können, dass sie diese Chancen bekommen. Das Seminar ist ganz speziell für Mütter, die möchten, dass ihre Kinder in ihrem Kinderzimmer in der besten Energie sind und speziell ist das so, wenn du, wenn das Kind einmal weiß, wie die beste Energie fließt und wo sie ist, kann es das ein Leben lang nutzen. Der eine Part ist dann dieses feinstoffliche, energetische im Inneren des Kindes, die emotionale Stabilität, aber auch das Äußere, die Welt, in der die Kinder leben, speziell auf das Kinderzimmer in diesem Seminar wird sich fokussieren, wo auch da die Energie einfach richtig fließen darf. Beispiel, eure Kinder schlecht schlafen, unkonzentriert sind, immer so eine Energie haben von vielleicht auch Wutanfällen oder nicht runterkommen, dass wir da gucken, im Inneren, was können da für Blockaden sitzen, was kann man da auflösen, was kann es für Tipps, für Tricks geben, die wir euch mit an die Hand geben, aber auch, was Sonja dann in dem Seminar für euch macht, für jedes einzelne Kind mit dem Geburtsdatum einfach ausrechnen, wie das Zimmer für das Kind konzipiert sein soll, damit auch da die Energien für dein, speziell für dein Kind richtig fließen. Genau, und diese Kombi, die wir haben, ist halt was ganz Besonderes, was wir den Mamas für ihre Kinder mit an die Hand geben möchten. Bis zum nächsten Mal.